Vivi hat einen neuen Co-CEO und das bedeutet auf jeden Fall eine Menge, Menge Veränderungen in der Zukunft. Wir gehen heute auf dieses Thema ganz genau ein, deswegen auf jeden Fall dranbleiben und viel Spaß. Heute Morgen gegen 7 Uhr kam eine sehr besondere Nachricht und zwar nämlich ein Vivi Business Update und das hatten wir bisher so in dieser Form noch gar nicht. Deswegen ist das auch eine Premiere an dieser Stelle gewesen und wir haben eine neue Person in das Vivi Team bekommen. Welche Person es sein wird, schauen wir uns direkt einmal an. Das Ganze ist nämlich Ben Rose. Der wird jetzt neben David und auch Dan hier der Co-CEO werden. Er wird sie nicht ersetzen, sondern ergänzen und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Denn wenn man sich auch hier gleich nochmal das Video anschaut, wo er kurz vorgestellt wird und so weiter und so fort, dann sieht man auch einfach, dass David und Dan einfach riesige Augenringe haben und David hat mir auch schon öfters mal im Privaten erzählt, wie viel er eigentlich derzeit schläft. Also ich habe ihn natürlich spezifisch danach gefragt. Er hat das mir nicht einfach gesagt. Ich denke, das ist logisch. Auf jeden Fall kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, warum sie diesen Schritt gehen, weil sie einfach offensichtlich überlastet sind. Und wir sehen es auch am Fortschritt bei Vivi. Es passiert in letzter Zeit ja nicht so viel, muss man tatsächlich sagen. Wir sehen zwar einige neue Sachen, aber so richtig großen Dinge oder Announcements, die schon vor zwei Jahren gemacht wurden, da geht es irgendwie nicht so ganz voran. Deswegen umso cooler, dass wir jetzt hier einen neuen Co-CEO haben, der hier Vivi unterstützen wird und denke ich auch, Vivi tatsächlich voranbringen wird. Denn wir schauen uns auch direkt mal an, was bringt denn der hier mit, denn es ist tatsächlich auch gar keine unbekannte Person. Wenn man hier mal auf sein Twitter-Profil geht, dann sieht man hier auch, er kommt aus Oakland. Und wenn wir mal auch in sein LinkedIn-Profil gehen, dann sehen wir zum Beispiel, hier hat er an der Oxford University studiert und wenn wir natürlich auch nochmal weiter schauen, was hat er denn schon so alles gemacht. Er war zwei Jahre und drei Monate hier bei Binance und zwar nämlich CEO von dem Bereich Australien und Neuseeland. Nicht zu verwechseln hier mit dem CEO von Binance selbst. Er ist in diesem Fall dann im Prinzip der Generalmanager für diese Länder bzw. diese Bereiche. Also sitzt eigentlich schon ziemlich, ziemlich weit oben, muss man sagen. Hat eine Menge, Menge Verantwortung. Und war hier insgesamt für Neuseeland neun Monate alleinig zuständig als CEO und dann danach nochmal knapp anderthalb Jahre für Australien und Neuseeland. Also auf jeden Fall eine Menge Erfahrung, die er hier mitbringt aus dem Crypto-Space. Und wir können uns auch mal anschauen, was hat er denn sonst so noch gemacht. Wir sehen hier aber auf jeden Fall nochmal CCO bei Code HQ. Wir sehen hier aber nochmal CEO Founder. Also er hat auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung. Und wenn wir hier mal runtergehen, dann sehen wir auch, also der Typ hat auf jeden Fall schon einiges auf dem Buckel. Man muss allerdings auch sagen, und das ist natürlich auch etwas, was mir persönlich als erstes auch relativ negativ aufgefallen ist, er scheint eine Person zu sein, die sehr, sehr schnell auch mal den Job wechselt, wenn es wohl nicht passt. Wir sind jetzt zum Beispiel klar, am Anfang hier mal fünf Jahre, acht Monate, dann sind wir hier aber auch nur zwei Jahre und acht Monate. Hier sind wir dann vier Jahre, zwei Jahre und sechs Monate, ein Jahr und ein Monat. Also man sieht hier auch bei Binance waren es zwei Jahre und drei Monate. Also jetzt auch kein richtig langer Zeitraum. Man muss natürlich sagen, der Crypto-Space ist einfach noch sehr jung. Also so lange wäre das auch noch nicht möglich, hier bei Binance Chef zu sein, beziehungsweise CEO für diese Bereiche zu sein. Dennoch zeigt es auf jeden Fall, er ist da wohl jetzt keine Person, die sich mal irgendwo festbindet. Daher natürlich auch vielleicht auch die begründete Befürchtung, dass er hier gegebenenfalls auch ja relativ schnell wieder weg sein könnte. Meiner Meinung nach würde es aber allein schon ausreichen, wenn er die nächsten zwei Jahre bei Vivi ist und mal ein bisschen aufräumt, das ganze Team unterstützt und danach jemand anderes kommt. Diese Thematik ist für mich persönlich unrelevant, da ich glaube, dass sie da im Anschluss auch gegebenenfalls eine weitere Person finden würden, die das Gesamte hier machen würde. Natürlich muss man aber auch sagen, ist das hier einfach auch ein Job, der wahrscheinlich extrem viel Power braucht. Erst recht als CEO hast du einfach enorm viel Verantwortung und bei einem Startup wie Vivi umso mehr. Und daher ist es auf jeden Fall interessant, was das hier dann für eine Entwicklung für Vivi auch bedeuten wird langfristig. Er ist auf jeden Fall jetzt hier an Bord seit Prinzip heute und ich bin super, super gespannt, was wir hier mit ihm sehen werden in Kooperation mit David und Dan, die natürlich immer noch auch das letzte Wort haben und natürlich auch als Shareholder hier auf jeden Fall die Macht über Vivi noch weiterhin haben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns dennoch mal eine Sache an, die ich persönlich sehr, sehr cool fand und zwar nämlich ein Interview hier direkt mit ihm auf dem Vivi-Channel mit Dan und auch David zusammen und ich würde sagen, wir hören hier einfach mal ganz kurz rein, was seine Mission eigentlich bei Vivi ist. So what is your background and where did you come from and, you know, maybe some of your passions you can share with the fam today as well? So no worries. Look, so you can detect there's a British accent. I've actually lived in New Zealand for over 20 years now. My most recent role was at Crypto Exchange Binance. So I come from a tech background, worked there for a few years running the Australia-New Zealand region, as a CEO there. So launched the New Zealand market for Binance, grew that team and that business and that customer base and also ran and grew the Australian business too. So I come from the world of, you know, of blockchain and tech companies, which is part of the reason I was so excited about Vivi. Prior to that, my roles have been in, you know, leadership across a few different categories, but always focused on that community engagement and business growth. So yeah, that's where I come from. Ich hoffe, man hat es an dieser Stelle verstanden. Er hat schon einen harten Akzent, muss ich ehrlich zugeben. Auf jeden Fall, sein Fokus bei Vivi wird sein im Prinzip das Community Engagement sowie auch das Wachstum der Firma selbst. Also auf jeden Fall die Punkte eigentlich, die schon seit Monaten, eigentlich schon fast seit Jahren Thema sind bei Vivi. Und das ist wirklich umso cooler, dass sie wohl jetzt jemanden hier gefunden haben, der dann dafür auch zuständig ist und der natürlich dann auch dafür die Verantwortung trägt, wenn hier etwas nicht so läuft, wie sich das viele Leute vorstellen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch, dass er das hier hinbekommen wird. Er hat auf jeden Fall die Erfahrung, er hat das Know-how und daher denke ich auf jeden Fall kann er hier eigentlich, ja, es kann gar nicht schlechter werden, muss man einfach so sagen an dieser Stelle. Ich bin auf jeden Fall hier voll hinter ihm und bin auf jeden Fall auch gespannt, was das natürlich auch auf Vivi und auch um hier für einen Impact haben wird. Und vielleicht wird sich jetzt auch der eine oder andere fragen, ja, ey Cap, was denkst du, wie lange wird er jetzt hier auch brauchen, um den Laden ein bisschen in Gang zu bringen. Und meine Vermutung ist da ganz klar, ich denke, das wird sich auf jeden Fall noch über ein paar Monate ziehen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, er muss auf jeden Fall eingearbeitet werden. Er muss gezeigt bekommen, wie die internen Prozesse ablaufen und so weiter sofort koordinieren. Natürlich auch als Co-CEO und da ist einfach eine Menge auf dem Schreibtisch, die noch erledigt werden muss am Anfang. Daher gehe ich persönlich hier von mehreren Monaten aus, bis wir dann mal wirklich auch was sehen können. Ich peile da so in etwa sechs bis maximal zwölf Monate an, bis wir hier wirklich auch spruchreife Ergebnisse sehen können. Ich denke, im Hintergrund wird schon auch relativ viel dann gemacht werden, aber so richtig große Dinge werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehen. Ich denke aber auch schon auch, dass wir kurzfristige Verbesserungen vielleicht sehen werden, im Community Engagement beispielsweise oder auch zum Beispiel einfach eben Wachstum der Firma selbst, weil er einfach sagt, okay, wir müssen das und das jetzt machen und das nicht und einfach Prioritäten zu setzen. Da bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch, dass wir da auch schon ein bisschen früher was sehen, vielleicht auch schon jetzt hier Richtung Weihnachten beispielsweise. Aber ja, ich bin auf jeden Fall offen und bin super, super gespannt, was hier der Ben mit Vivi machen wird und was für einen Input er auch für uns liefern wird. Natürlich, das Gleiche gilt übrigens auch für Omi. Ich habe da eben auch einen Zuschauer, der hat mich gefragt, hey, was denkst du dazu? Da habe ich gesagt, eigentlich genau das Gleiche, es braucht einfach Zeit, bis sich hier das Gesamt entwickelt hat und dann wird man sehen, was Ben daraus macht. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr optimistisch, was das Gesamt angeht und jetzt bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt auf eure Meinung hier in den Kommentaren. Schreibt mir gerne eure Meinung hier rein und schreibt mir auch gerne unten rein, ob euch dieser Style von Videos ja auch gefällt, ein bisschen offenerer Talk. Dann wird es sowas vielleicht in Zukunft ein bisschen öfter geben, wenn natürlich auch Content von Vivi kommt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Jetzt wünsche ich euch da draußen aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, euer Captain John John.